Musik Ich bitte jetzt die Laudatoren Bundesgeschäftsführerin Karen Leyen ganz gut. Es ist mir eine Ehre, den Preis für die größte Sparschweinerei heute zu prämieren. Der Preis für die größte Sparschweinerei darf mit Recht als Auszeichnung der Superlative verstanden werden. Denn das Teilnehmerfeld ist in diesem Jahr so groß wie noch nie. Der erste Preis für die größte Sparschweinerei geht an Bundesfamilienministerin Christina Schröder. Sie bleibt ihrer strangen, konservativen Gesinnung treu. Die Ministerin Schröder kehrt vor der eigenen Haustür. Wer die Ministerin nicht zu ihrem Preis kommt, dann kommt der Preis zur Ministerin. Musik Das war die Verleihung des Negativpreises für die größte Sparschweinerei an Bundesministerin Christina Schröder. Meine Damen und Herren, die Linke startet damit heute ihr Aktionsprogramm gegen das Bozumspaket der Bundesregierung. Wir starten unsere Aktivitäten gegen die unsoziale Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkrise. Applaus Applaus Vielen Dank.